Wenn man frechisch schimpfend leidt über diese Dreistigkeit, auch wenn man bescheiden ist, man nicht zu beneiden ist, ich sag alles grad heraus, da mach ich mir gar nichts draus, wenn ich eine schöne Frau, sie rutscht mir's raus. Waren sie schon mal in mich verliebt, das ist das Schönste, was es gibt, haben sie noch nie von mir geträumt, da haben sie wirklich was versäumt. Ich bin nicht groß, ich bin nicht klein, ich pass grad so in alles rein. Ich bin nicht gescheit, ich bin nicht dumm, das spricht sich jetzt schon langsam rum. Bei mir haben sie nichts zu riskieren, wie wär's denn, wollen sie's nicht einmal mit mir probieren? Meine Freundin ist ne Frau, doch sie nimmt's nicht so genau. Geht ihr Mann, dann darf ich rein, denn für drei ist doch zu klein. Einmal, ich vergesse es nie, stand der Mann vorm Bett und schrie, na da komm ich ja grad recht, ich rief. Zu früh waren sie schon mal in mich verliebt, das ist das Schönste, was es gibt. Betrachten's mich genau und dann schauen sie sich selbst den Spiegel an. Dann, lieber Freund, werden sie verstehen, was hier geschah, das muss geschehen. Drum sind sie brav und nicht nervös und ihrer Gattin ja nicht bös. Damit werden sie nichts profitieren und wenn sie klug sind, gehen sie jetzt ne Stunde spazieren. Hitler und der Siegikon kennen sich seit Jahren schon. Eines Tages ging sie aus, miteinander ins Hofbräuhaus. Doch schon bei der fünften Mass werden Hitlers Augen nass. Er umarmt den Siegikon und stottert blass. Warst du schon mal in mich verliebt? Das ist das Schönste, was es gibt. Hast du noch nie von mir geträumt? Da hast du wirklich nichts versäumt. Ich bin nicht groß, ich bin ganz klein. Ich pass grad so nach München rein. Ich bin nicht dumm, ich bin nicht gescheit. Am größten Dreck hab ich mein Freund. Die Freundschaft kannst du ruhig riskieren. Denn unter uns gesagt, ich hab nichts mehr zum Verlieren. Ich bin nicht groß, ich bin nicht klein. Ich pass grad so in alles rein. Ich bin nicht gescheit, ich bin nicht dumm. Das spricht sich jetzt schon langsam rum. Bei mir haben sie nichts zu riskieren. Wie wär's denn, wollen sie's nicht einmal mit mir probieren?